Ich bin der Hempfling Hans-Peter, bin Geschäftsführer der Hempfling Elektro- und Solar GmbH. Wir sind seit ungefähr ziemlich genau 50 Jahren auf dem Markt und haben jetzt nach fast 50 Jahren bei uns die 4-Tage-Woche eingeführt. Ein langer Schritt, den wir uns gut überlegt haben. Der Hauptgrund für die 4-Tage-Woche war ganz einfach das, wir wollten unseren Mitarbeitern was Gutes tun. Wir wollten ein bisschen Stress aus dem hektischen Alltag nehmen, wo wir als Fotovoltaik-Monteure und Wärmepumpen-Monteure natürlich momentan hohen Druck abbekommen aus der Bevölkerung, hohe Anfragen, wenig Material, Stress für die Mitarbeiter und wir haben einfach gesagt, nee, wir müssen am Gang zurückschalten, wollen unseren Mitarbeitern was Gutes tun und so natürlich auch neue Mitarbeiter gewinnen, die mit uns die 4-Tage-Woche weiter durchziehen wollen. Im Fazit ist, nach zwei Jahren ein klarer Erfolg und die Ängste, was wird mit dem Freitag, können wir die Kunden nicht bedienen, die sind eigentlich völlig diskussionslos. Also es gibt ganz selten einen Fall, wo man jetzt wirklich am Freitag agieren müsste und den wir nicht auf den nächsten Montag schieben können. Also deshalb von mir Daumen hoch für die 4-Tage-Woche. Hallo, mein Name ist Daniel Schiller, ich bin 33, komme aus Bayreuth, ich bin Elektrotechnikermeister hier bei der Firma Hempfling in Brebitz, bin für die Photovoltaik-Planung zuständig, mache noch die Mitarbeitereinteilung und ja, ich bin bei der Firma Hempfling, hier gibt es die 4-Tage-Woche. Das war ein großer Punkt für mich, auch den Betrieb zu wechseln. Ich finde es super, also man hat ganz andere Freizeiten, muss man sagen. Der Freitag ist immer noch mit dazu beim Wochenende. Ich kann da Termine hinlegen, was ich vorher nicht konnte, da musste ich immer frei nehmen. Also ich bin sehr überzeugt davon und finde es eine super Sache.